Na gut, bei dir ist das nicht schlimm, ich muss nur immer dritter werden. Bei mir ist das nicht schlimm, wenn ich Donkey Kong vor mir hab. Aber ziehst du das mal schön vorbei, ne? Ja und? Hure, äh! Alter Rumgeschlitter hier. Ja. Oh. Harry. Ich darf erstmal drüber über die Planken fliegen. Bist du jetzt vor Donkey oder nicht? Ah scheiße. Okay. War ich doch nicht. Boah, warte, warte, warte. Jetzt darfst du den Einsätzen gerne. Oh. Du hast gesagt, ich darf eigentlich nicht. Ja, besser als dass ich runterfliege. So bin ich groß. Siehst du? Ich hab hier gleich Matsch gemacht. Boah, meinst du nicht, den kriegst du ja gar nichts, ne? Ne. Ich hab nur drei Leute für Sterne, lol. Ja. Tschüss, Mario. Nein. Boah, ui. Kochen, springen ist einfacher als umzuliften. Danke. Da bist du aber selbst reingefahren. Ja. Du hättest ja bremsen können. Du hättest ja bremsen können. Ja, ich hätt bremsen können am Arsch, hätte ich bremsen können. Uuuuuh. Ja, ja, ich hab noch drei. Hab still. Ich hättest du dich ein Stück weiter und mit einmal rutscht er es aus. Wobei er schon voll in die Bananenschale rein ist. Das sind die Level, ne? Ja, das ist aber... Das sind die Level. Ja, generell wie das programmiert wurde. Toll. Oh. Ja, war ja klar, dass ich in irgendwas zu hoch reinfahre. Ach, da. Ich hab schon wieder nix bekommen. Da bekomm ich aber auch immer selten was. Wo ich dann leicht dran vorbeigerutscht bin. Ja, ich hab schon wieder nix bekommen. Leck mich. Alter, Yoshi, haut doch einfach ab. Mein Gott, ey. Oh, ja, man bleibt direkt stehen. Ja, geil. Ja, und vor mir war echt, dass ich in den Bananenschale reinfällt geradeaus weiter und mit einem empfängt an zu rutschen, wo ich näher kam. Und dreht sich. Hä? Und die Logik, ne? Ah, das Spiel. Ja. Sind die schon drei soweit vorne, ey? Ja. Wie ist das denn jetzt eingesetzt? Ah. Also in die Vario. Vario. Hallo. Hey, du sag. Dich war das. Ist ja nix dafür. Nein. Brauchte Platz. Ja, du brauchst das Platz am Arsch. Brauchte du. Und den Punkt brauche ich. Spasti. Ich mach definitiv den Punkt. Toll, du Spacken. Ohne Punkt kann ich nicht gewinnen. Ich will dich nochmal den Cup machen. Mir ist doch scheißegal jetzt. Ja, du willst aber nicht nochmal den Cup machen. Ich will den Cup aber nicht nochmal machen. Nein, was ist das? Pisser. Der Cup ist böse. Sei froh, dass ich dich nicht noch getroffen habe, Mensch. Oh, warum hat Bowser so viele Punkte? War der... Alter, war der einmal erster, oder was? Jetzt muss ich mindestens... Ach, scheiße, mindestens zweiter werden. Ich hab wohl nix gebracht mit deinem vierter Platz, ne? Ja, weil ich immer entweder Blitz hatte oder abgeschossen worden bin. Das ist die letzte St... Ne, kommt da nicht mehr auf das Castle? Ne. Das ist das letzte Level. No, is't no fun, no, is't no fun, no, is't no fun, no, is't no fun. Du hast aber gesehen, wie knapp ich am Rand lang fahren, ne? Alter, was hat der für einen Schub auf einmal bekommen, Donkey Kong? Ja, sag ich ja. Wir haben die irgendwie komisch programmiert. Finde ich. Zumindest. Moment, wenn du ein fettes Auto fährst, hast du gleich gewonnen. Scheiße. Oh, ich bremse für die Bananen und fahr in Peach rein. Ja. Passiert, ne? Muss irgendwie vorne mitmischen. Musst du das? Ja, wäre sinnvoll für den Gewinn. Das ist nur dritter... Na, Glück gehabt. So, für den dritten oder für den zweiten. Nein, 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 nein. Das sieht weh tun. Meine Panzer flitzen schon. Ich habe es gedacht. Ah, das wird weh tun. Ah... Du willst unbedingt den Cup nochmal fahren, ne? Ich merke das, du willst. Du hast richtig Spaß, diesen Cup nochmal zu spielen. Alter Schwede. Feuer, die Dinger noch nicht immer so schnell davor oben hier. Ja. Er hat schon wieder da ne Scheiß... Wer schießt überall diese Kackschülkröten hier hin? Vier Stück war ich. Ich bin dann mal vorbeigefahren. Das ist echt Langeweile. Ja. Ja, Donk, alter Bowser ist zweiter, das darf nicht sein. Insgesamt habe ich fünf Stück geschossen. Das Bowser muss definitiv vergennichtet werden. Ja. Ja. Ich habe Mario getroffen mit dem Panzer. Ich komme ja nicht mal auf den... Auf das Treppschirn. Boah, gib mir eben was. Meinst du so? Hi, Bowser. Kaum, Bowser. Lass dich einholen. Boah, gib mir den... Boah, kannst du dich einfach unten dicht rumlassen, so als Schutz? Das stirbt doch ganz ehrlich. Wenn ich nicht aufpasse, werde ich jetzt getroffen. Hoffentlich. Ich bin jetzt vorbei. Oh, an einer bin ich auch vorbei. Jetzt kommen die zwei Doppelten. Ich bin direkt da durchgefahren zwischen die beiden. Ah. Das hat mir das abwürgt gelenkt, weil du nach rechts gelenkt hast. Ne, nach links. Ich wollte noch... Oh, sch... Warum bin ich vierter? LOL, wo ist denn Donkey Kong gewesen? Keine Ahnung. Hä? LOL! Das nehmen wir deswegen. Oh, komm... Ihr habt... Nicht ernsthaft, Jungs. Ne, 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 ne. Affe, du kannst erst mal verschwinden. Ich muss erst mal... Ich habe einen Kampf da vorne zu tun. Der nennt sich Bowser. Der ist nicht dran vorbei. Egal, ob es da vorbei ist. Äffchen! Verpiss dich. Oh, fettihil! Hübschen Bananen oder so ein Quatsch. So ein Schrott. Hundi! Hui! Ich habe Angst zu springen. Egal. Oh mein Gott. Was denn? Weil ich zitter hier ganze Zeit, ne, dass ich auch... Weiterkomme. Okay. Hahahaha! Was? Was? Donkey Kong ist doch da reingefahren. Nein! Doch! Der ist total... Der hat das Ding geschliffen, wie ich auch schon mal. Hey, wie alt ist das denn? Wissen Sie, warte mit euren... Das ist die Rache, weil die... Immer die Dinger nach vorne schießt. Scheiße! Warum ist der Fettsack nach mir vorbeigekommen? Ja. Das ist die Rache, weil ich hier... Aua! das warten sie ihm geeignet reinfahre egal eine schon mal weg hast du denn getroffen bowser das ist heute war scheiße ihr frisst das hat sich auch ich weiß bestimmt bei mir noch weint oder ich glaube der weiß nicht mal was man programmieren soll fahr an mir vorbei los nein fahr doch einfach weiter warum nicht bei mario ist mir egal der ist glaube ich eh erster oder zweiter aber bowser darf nie zweiter oder darf nie vor mir ins ziel kommen fahr einfach weiter bowser darf nur nicht vor uns kommen und peach eigentlich auch nicht nicht wirklich peach und mario sind erster und zweiter irgendwie bowser darf nicht vor mir ins ziel kommen das ist gesetzt hi mario weil diesen cup will ich nicht noch mal ein zweites mal fahren ne ich bin schon viel zu heavy gewesen hier warte mal wir hatten warte mal wir hatten jetzt was hatten wir als erstes level donkey kong danach hatten wir dieses komische unbekanntes level kommt da nicht noch das schloss nein eigentlich nicht ah ne wir hatten das geister ding danach ja dann ist das letzte aber die strecken sind halt extrem lange ja geht auch gleich auf die ziel gerade oh bowser ist 7 nice hippie abschuss lol was ist denn hier scheiß hast du gesehen ja hab ich gesehen das hasse ich auch wenn die wieder runter fallen und du alle dinger noch verlierst ja und den arsch da vorne kriegst du auch nicht mehr ne ja jemand kriegt den schon schießt jetzt gleich in der skur wie hier das ding runter ich dachte eben das wäre die letzte runde schon ne nein oder dass die direkt in dich reinfahren ja wo ist die denn jetzt gelandet verschwunden das ist buggy der spiel so ein bisschen ne ne fällt es schon nicht raus ui und ich kriege jetzt bestimmt alle drei eine fresse oder so komm bitte irgendeine aussehen noch treffen aber das wird wehtun das weißt du ne ne nö der fliegt vorbei oder doch nicht keine ahnung ich sehe sie hinter mir ja bitte nein naja ist ausgerutscht das war kleine kurve rein zu schießen ja toll manchmal ist das echt ätzend rosa hinter dir hinter mir das ist auch noch deine ja klar sind beide meine die die vorne auch noch hier ja ja will ja noch von 2 8 überholt toll wiii nächsten drei es fällt auch noch durch beide durch dass ich eigentlich keinen davon kriegt toll mal alter ich hab musste abbremsen ok wieso dann wird die vorbeikommen an den hund ich hab jetzt mal nix weggenommen aber ich hab gar nicht jetzt nicht beeinflusst irgendwas ist neben mir was auch da ist irgendwo eine banane ja ich glaub mario ist schon reingefahren weil bist du grad durch mario durchgefahren nö bitte na jetzt haft stirb kleiner dicker affe stirb kleiner dicker affe joshi ist immer noch hier ich glaub der ist buggy jetzt ja ist auch das ist auch das ist auch ich fahr in meine eigenen rein ich hab hä hä ich hatte grüne keine ahnung ich hatte grüne links oben im feld lol wahrscheinlich in dem moment wo ich eingesetzt werde für die roten aber wär natürlich geil gewesen ja aha ok hi aber wo fahr ich immer in die tatsache rein jetzt gerade weiß ich nicht egal du hast noch du hast drei versuche immer noch äh gut zu machen eine schieß ich mal los mal gucken ob die ankommt ich glaub nicht ja klar ja war halt so anvisiert hat und dann sagt der wer da lang ok eine chance hab ich na ich hasse die roten in dem level das ist generell scheiße in dem spiel mein roten ok jetzt grüner da wirst du versuchen den abzunehmen ne ja wollte ich nicht so schnell hintereinander einsetzen weil sie schon ne ist egal ich wollte gerade noch so ein ding bekommen aber da bin ich halt nebenher gefahren ja scheiße alter jetzt hat er noch einen stern ja 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 ich hasse dich ich hasse dich ja wir haben den cup geschafft oder dreizehn 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 neun zehn drei fünfzehn und ich bin dritter und ich bin sechster ja aber ich würde diesen cup nicht noch mal spielen weil aber das ständler ist wohl einfach irgendwie ne das ist das einfachste von allen ja aber auch das längste ja obwohl da halt auch diese hunde da ist ne da musst du halt Glück haben ja du siehst du eigentlich vorher schon das war endlich der hunderter cup centus ist leider nicht forever alone als maul ja ich wollte gerade sagen habe ich die Aufnahme nicht aufgenommen und sondern nur Vorschau gemacht aber nein da steht auch ja da steht aber Aufnahme stopp immerhin schlechtes Pokal ja ich glaube haben wir aber in irgendeinem cup auch ich glaube da haben wir nur silber oder ja es kannto sein oder auch Bonks da weiß ich nicht da 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 kommt wieder ich bin der best ich bin der best ich bin der best nicht nein oh mein Gott halleluja Na gut Leute, aber damit würden wir sagen Haben wir den Cup geschafft Nach dem zweiten Versuch endlich Endlich, ja Ja, endlich Und damit würden wir sagen Bis zum nächsten Mal bei Mario Kart 64 Ciao, ciao Tschüss